oh hallo leute wisst ihr was mir letztens eingefallen ist was wir haben wir haben lang nichts mehr für unseren youtube channel gemacht habt ihr nicht mal lust etwas zu bauen ich hab da so an etwas gedacht wie zum beispiel einen weihnachtsmarkt denn bald steht weihnachten vor der tür und damit herzlich willkommen bei einem letzt bild von alitera video beziehungsweise von den alitera leuten denn wie schon gesagt haben wir lang nichts mehr gebracht und weihnachten steht vor der tür und wir haben uns als kleines weihnachtsgeschenk gedacht wir schenken euch ein letzt bild aus unserer stadt und wir bauen heute einen weihnachtsmarkt für die community und ich denke mal wir fangen erst mal an mit der vorstellung heute baut mit also ich einmal tablette also leckmilchtablette tablette bilden genannt werden der bürgermeister und gründer der stadt alitera nach hallo und der jannis ein sehr netter bürger aus kaktus und assassin ja hallo ja gut das macht halt die liebe aus ok und mir genau der nimmt das heute nämlich alles mal auf netterweise netterweise natürlich und gehen wir mal also wir sind jetzt hier gerade durch den wasserspeicher gelaufen und ich sehe dort sind schon wieder ein skelett und hier drin wird auch ein teil des weihnachtsmarktes entstehen außerdem dann noch hier draußen auf der freien fläche das ist wie zu unserer eventfläche wurde später auch mal hoffentlich häuser hinkommen und da wird hier ein kleiner weihnachtsmarkt entstehen mit weihnachtsbaum und ganz vielen ständen und einer tombola beziehungsweise lotterie und 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 da werden wir einfach mal anfangen ihr müsst verstehen die anderen beiden hier ja also jannis der redet ein bisschen mehr als sei noch und jannis spricht schon wenig und ne sag ich mal fangen wir mal an jo dann nehme ich mal hier nehme ich ein bisschen rote wolle aus der kiste raus so hier ist eh nur was anderes drin was so gut so für die stände er seine name sein name hier hinten sind zäune drin ach egal jetzt habe ich welche gemacht gut so wolle ich mach mal hier außen so eine umrandung drum ne er hat gesprochen ja macht ja ich habe gesprochen er macht das wir können dann auch hier solche ist solche weiß nicht schnee ich nehme ja da müssen wir dann eh noch machen und dann kann man dann wie so kies wege hier so durch die durchführen und noch wasser speicher mal den ersten stand auf willst du mich verarschen hier ist hier ist gerade ein sieht an mir lang gehopst ein was ein sieht also ein 1 1 1 sam es ist hier gerade zu gesprungen über die bricht sohn ja okay ich habe keine ahnung warum aber was ist das entweder macht sich da einer ein spaß oder ich habe irgendwelche komplexe das war ja das mit der acht ja natürlich sind ja auf diesen server die sonderblöcke ihr auch schon den roten teppich hier gesehen hat wo ich drüber gelaufen bin und zum beispiel ich weiß gar nicht ja genau die säulen hier am eingang und bin ich verwenden wir auch andere sonderblöcke noch hier auf diesen server zur verfügung stehen nämlich sehe sei macht schon das erste dach und wegen weiteren sachen wegen den sonderblöcken das kann man alles im forum lag genau das forum zu tief aus dass das forum werden wir auch unten noch in die beschreibung reinhauen ein prügeln einschlagen keine ahnung und sagen wir hineinfügen das klingt auch so blöd sagen wir wir tun es in die beschreibung hinein wir tun erst was ich werde mal anfangen den weihnachtsbaum zu bauen ja denn tablett ist unser baummeister sozusagen dam dam da bitte einmal applaus ich habe auch den baum des haus des monats gebaut und der sieht gut aus ja also das was wir gewonnen haben bei dem vorherigen habe ich das ist neben dem gewonnen der sieht auch richtig geil aus ich weiß nicht das bett work hier das irritiert mich sei die stände die mess nicht immer gleich sein oder die kennen ja jetzt habt ihr meine stimme von das seien gehört zum beispiel ja ok die treppen da die habe ich jetzt ecke hauen das ist ja nicht so schlimm aus tabette wenn wir es hinkriegen dass er vergisst dass wir ein video drehen dann redet er vielleicht mehr ja ich denke mal das wird dann auch so gegen ende hin passieren hm wo kommt denn bei dir hier der eingang hin also ich mach mal ich lass hier dann den eingang ja so eine falt hier so eine dann packe ich ja ne so packe ich hier einen baumstuhl ähm leute wo sie dir das direkt unter der ersten grasschicht bedrock ist ja das haben wir den lieben vini zu verdanken denn er ja sagen wir mal der und ein unser salitärer kakos 111 die hatten ein bisschen spaß einander und vini hat ihn im bedrock eingegraben aber auch natürlich wieder freigelassen ok hier unten steht nämlich auch eine truhe ja das war da war ja unser friedhof unser alter also lieber kakos wenn du zuguckst hier unten ist unter dem kann baum den ich jetzt errichte noch eine truhe von dir bitte entsichern da hat er dann bestimmt sein testament reingetan als er dachte da kommt er nicht mehr raus ganz sicher sein ich hätte auch nicht wieder rausgeholt nee das habe ich jetzt eben nicht gesagt und es wird nacht sag mal geben hast du das geistern ich ja aber das problem bei mir ist der der himmel ist nicht mehr so schön lila und der sieht aus wie normaler weinkauf himmel der mount ist anders aber so wirst ich hab den nicht mehr ich tukki jeden tag und ich hab den nicht mehr schade vielleicht mal neu machen naja da ich muss auch noch mal was machen weil ich mein bilder ob man noch mal neu machen musste und alles was hat das denn für ein rock lights bei mir bei mir weiß aber auch ein rock klar so kommt hier mal so eine truhe ja ja Mama 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 So, das ist ja jetzt der perfekte Zeitpunkt für Sai irgendwas zu sagen, weil es so leise ist. Ja. Aber ich denke mal, der genießt gerade die Ruhe. Ja. Die, die er ja so gut wie nie verspürt, in der Liebe sei, hat ja durch seine Position des, des, des Bürgermeisters der Stadt Alitera, jetzt werden viele sagen, was, was ist Alitera? Nee, er hat viel zu tun und ihn sprechen auch immer viele an. So, dann späbere ich mir die Tour für Alitera. Ja. Ach, Gim, du kannst ja mal, wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du mal da hinten zu dem Weihnachtsmann gehen. Ja, ich denke mal, den, den werden wir dann noch zeigen. Ja, stimmt. So, ich, ich werde mal zu euch kommen. Also, ich sehe, Janis macht nix. Wie immer. Ja, 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 sicherlich. Ja. Oh, das sieht ja hier schon gut aus. Ja. Schöne Idee mit dem, mit dem Teppich, muss ich sagen. Ah, das sieht nämlich nicht schlecht aus, Theker. Ja. Was passt denn am besten zu brauner Wolle? Hm. Held, oder? Brauner Wolle. Ja, ich nehme mal, mal gucken, wie das ist. Nee, ich würde dunkelgrün nehmen, aber. Ja, komm, ich nehme halt nicht. Also, zu schwarz passt am besten, Apfelgrün. Hm. So. Da habe ich nämlich auch meine Wand gestrichen. Ah, scheiße, jetzt habe ich Teckel gesetzt. Äh, in welcher Farbe soll denn am besten die Gelande? So rot, oder? Rot und dunkelgrün. Jo. Wo, Achtung, Creeper? Moment, wo? Hier hinten, der hätte gerade fast zwei hochgejagt. Ah, habe ich schon gehört. Oh, ich habe, ah, boah, ich werde gerade sagen, ich habe es gerade zischen gehört. Und wenn man, oh. Oh, ich habe, ah, boah, ich werde gerade sagen, ich habe es gerade zischen gehört. Okay. Ich komme eigentlich nicht irgendwie nicht klar mit den Invertaren momentan. Egal. Hm. 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 So, Sammi, hau ab. Lass mich hier in Ruhe bauen. Ist die Gelande so okay oder soll ich nach einem höher? Kommt mir so tief vor. Wo baust denn die? Anfänger, die Resten, das verbauen. Ja. Ich wollte schon sagen, Jannis, was soll er mit der Erde? Weil Masse höher. Naja, halt so unterschiedlich. So, so, so. Ja, drei. Wisst ihr, was wir nicht genug haben? Ähm, das weiß ich nicht, aber Sai, kannst du mir Fichten-Bombstänge geben? Also Fichten-Bombstänge. Genau das haben wir nicht genug. Ich kann noch kurz ins Lager gehen. Oh, Sai, wie viel hast denn du noch? Ähm, ich hab Fichtenholz, glaub ich, noch jetzt vier Stacks. Boah, davon... So viel hab ich nicht mehr genommen. Ich hab nur einen Stack. Zwei Stacks hab ich davon mitgenommen. Jo, äh, Sai. Sai, wenn ich dich ganz lieb frage, krieg ich dann auch was? Ja, klar. Boah. Danke. Äh. Das war ja nicht mein Stack. Ich hab auch kein Stack bekommen. Aber es ist weg. Wieso hat es eigentlich... Warte, ey. ...tablettig...